Was ist Ihr Hund? Also versteht Ihr nicht? Na schon, das ist das erste Mal. Weil ein Border Collie ist eigentlich nicht für einen Schutzhund. Die ist eigentlich geeignet. Wie gesagt, Border Collie sind ja für andere Bereiche, die in den Schutzhund. Und das muss man auch sehen. Man kann nicht für einen Schutzhund machen. Jetzt muss man hier einen Mühe haben. Und wie gesagt, es gibt Rassen, die halt dafür überhaupt nicht geeignet sind. Das gibt es auch so in der Massen, wie der Sobermann, Schnauzer, Gottweiler, Schäferhund. Den belgischen Schäferhund. Die halt auch hier, die geschickt sind. Und sie halt auch in den siebensten Bereichen führen. Und das habe ich dann als Geschickkinder vereinweißen. Und hat er erst gut geschafft. Normalerweise darf er gewinnen. Und darf die Beute dann wegkragen. Und sagen, toll, ich bin Sie hier. Ja, der Hund ist schon sehr aktiv, sehr interessiert an dieser Arbeit. Freut sich auch. Gut. 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 Okay. Sie bringt's mit dem Hund. Aber ich muss sogar echt mal kurz kommen. So, jetzt wird die Beute bewegen, weil ich gerade besser. Das ist halt. Und wenn ich eine Regime in die Leine geben würde, denke ich würde er die Beute auch runter tragen. Und sich. Und laufen wie gehen. Runterlaufen. Und normalerweise wie gehen jetzt runter als der Hund, die versteht ihr und packt, das ist ganz toll. Gut. Gut, gut. Gebäude abповlica. Vielen Dank. Jetzt bin er jetzt noch hier, nicht reagiert bei ihm, nein, kann man jetzt bis.